Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Golden Sun. Ich bin der Train 92 und letztes Mal haben wir hier bei dem Schiff angehalten, wo wir jetzt rauf könnten. Wir werden aber heute ein paar optionale Aufgaben machen. Die sind nicht nötig, ihr könnt auch sofort aufs Schiff, aber die machen wir hier im Part. Wie gesagt, ich möchte euch alles zeigen. Legen wir los, wir gehen erstmal raus. Und es geht nach Norden. Los geht's, wir gehen erstmal nach Vault. So, die Gegner hier bringen uns natürlich gar keine EP mehr. Wir nehmen sie trotzdem mal mit. Wir sind wieder in Vault. Wir sind angekommen. Das erste, was wir hier jetzt tun werden, ist schlafen. Weil wir sollten uns mal wieder auffüllen. Ja. Legen wir uns mal ein bisschen hin. Mal gucken, was wir dann machen. So, ich lese hier gerade, wir müssen mit allen Bewohnern reden. Tun wir das? Ich habe vom Essen noch einige Knochen übrig. Hier. Willst du welche? Ja. Wirklich? Nimm so viele, wie du willst. Ja. Was? Du willst noch mehr Knochen? Ja. Mach nur. Nimm dir so viele, so viele du willst. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Ehrlich gesagt. Wir werfen mal einen weg. Ein Knochen reicht wohl. Siehst du? Die Reparaturen am Dach sind abgeschlossen. Wenn sich der Vulkan ruhig verhält und die südliche Brücke nicht auseinanderfällt, sollten wir eigentlich keine Probleme mehr haben. Hey, das ist doch dieser Krieger. Ja, und auch Miku. Ich bin froh, dass ihr nach Vault zurückgekommen seid. Ich wünschte, die Ältesten von Vault wären so mutig wie ihr. Wir sind ja nicht mutig, aber trotzdem. Vermutlich wisst ihr das schon, aber die Brücke nach Karlai wurde repariert. Ihr, ihr seid die Krieger, die vor kurzem die Diebe gefangen haben. Ihr seid nach Vault zurückgekehrt. Wah, eine Katze hat meinen wertvollen Stein gefressen. Das hätte niemals passieren dürfen, aber es ist wahr. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie die Katze auf den Tisch sprang und mit dem Stein gespielt hat. Und plötzlich war unser teurer Schatz verschwunden. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich höre... Ach ja, und jetzt nochmal hier. Ich habe es wieder am Anfang vergessen. Oben rechts am Anfang ist die Ausrüstung eingeblendet. Wie immer. Ich muss unbedingt lernen, dass ich das an jedem Part ranhänge. Am Anfang. So, weiter geht's. Ich hörte Gerüchte, dass die Diebe von Lumpa völlig durchdrehen. Wir haben ihnen allerdings bis jetzt nicht viel Beachtung geschenkt. Warum sich diese Kerle in letzter Zeit wohl so ruhig verhalten haben? Okay. Oh, ihr seid es. Ich habe gerade mit dem Bürgermeister über euch gesprochen. Ihr alle seid wirklich stark. Sollen diese Diebe nur kommen. An euch werden sie sich die Zähne ausbeißen. Ja. Okay. Sollen sie machen. Ich glaube, hier waren wir gerade drin, ne? Ne, da waren wir noch nicht drin. Die Gefangenen sagten, sie wollten fliehen, bevor Kolosso beginnt. Kolosso, ist das nicht das große Festival in Tolby? Dodampaske Volksleute haben uns niemals angegriffen. Vielleicht kamen diese Diebe gar nicht aus Lumpa. Das kann ich dir leider nicht sagen, kleiner Junge. So, dann glaube ich, haben wir mit allen geredet. Ich habe jemanden geschlagen, deshalb bin ich hier. Was ich getan habe, war ganz schön dumm. Ja, aber du wirst dann ja auch wieder rauskommen. Die Diebe sind entkommen, aber das ist schon in Ordnung. Es ist alles Teil des göttlichen Planes. Halt dein Maul mit Gott, Alter. Ich habe die Goldstatue, die ihr uns wieder beschafft habt, poliert. Sie funkelt jetzt so sehr, dass ihr sie gar nicht wiedererkennen würdet. Da ist die Goldstatue. Cool, ne? So, jetzt müssen wir mit dem Bürgermeister reden. Der Bürgermeister... Ne, noch nicht. Einen haben wir ja noch vergessen. Oh, ihr habt euch schon das Gefängnis angesehen? Ja. Wir haben es die Gaune nur geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen. Die Gitterstäbe sind wirklich stark. So, gut. Ich hoffe, ich gehe nochmal hier oben lang. Ich rede wirklich mit allen Dorfbewohnern, weil das wichtig für ein Event ist. Guck mal, wer da ist. Ein Djinn. Ich frage mich, was mit Hamad geschehen ist, nachdem er nach Lumpa aufgebrochen ist. Werden wir früh genug erfahren. So, jetzt reden wir erstmal mit dem Bürgermeister. Äh, da unten können wir noch nicht lang. So, rein ins Haus. Die Familienurne des Bürgermeisters wird jetzt öffentlich ausgestellt. Ihr solltet sie euch unbedingt ansehen. Diese Diebe. Zuerst gebt ihr euch solche Mühe, um sie zu fangen. Und wir lassen sie dann entkommen. Ich würde, dass in einer weit entfernten Stadt bald ein großes Fest beginnt. Ich würde gerne se... Ich würde gerne sehen, um was für ein Fest es sich dabei handelt. Er ist Kolosso. Natürlich. Oh, Train. Du bist wieder nach Wall zurückgekehrt. Seit du weggegangen bist, ist hier alles Mögliche passiert. Diese Diebe, die du gefangen hast, sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wir sind besorgt, dass sie hinter dir her sein könnten. Hast du sie gesehen? Ja. Wenn du etwas Verdächtiges siehst, sei vorsichtig, denn sie könnten es sein. Interessant. Ich habe nämlich falsch geantwortet. Wir haben sie gar nicht gesehen. Ja, ja. Wir passen gut auf uns auf. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht falsch geantwortet. Gut. Ähm, so. Jetzt müssen wir... Wuff, wuff, wuff. Ah, der Knochen. Ja, ja. Wir brauchen tatsächlich den Knochen. So, der Hund will auf irgendwas hinweisen. Aber wir kennen das ja schon mit den Steinkreisen. So, jetzt gehen wir erstmal nach rechts. Da ist nämlich eine Truhe. Oh, nein. Ein Mimik. Dann töten wir den schnell. Voll zu viel rum wieder mal. So, da kommt Ragnarök. Und Vulkan sollte ihm den Rest geben. Oder auch nicht. Scheiße. Dieser bekackte Mimik, Alter. Jetzt stirbt. Easy. Wieder ein Flashian bekommen. Das geben wir Mia. So, sehr schön. Weiter geht's. Wasser Wir müssen also jeden Gegner jetzt mitnehmen Okay So, da gehen wir jetzt erst gleich lang So, damit haben wir das Soweit, ich muss nämlich vorher noch was machen Bevor wir gleich weiter gehen Habe ich nämlich gerade gelesen Das hätte ich fast vergessen Jetzt gehen wir den Weg nämlich umsonst Wir müssen einmal hier lang Wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal Das ist alles optional So, jetzt ist der Venus Gym da Da kommen wir leider nicht hin Wir werden ihn uns aber trotzdem schnappen Nämlich jetzt Jetzt müssen wir jetzt wirklich zurück zur Höhle von Vault Und Und den Weg durch die Höhle finden Los geht's So, erstmal hier lang Das haben wir ja schon verschoben Brauchen wir jetzt nicht mehr machen Jetzt können wir nämlich hier lang gehen Ah Okay Öffnen wir erstmal das So, hier ist noch eine Truhe Was ist drin? Den Nimbus Wer bekommt denn den Nimbus? Den bekommt Garrett So, dann schauen wir mal Was erwartet Was erwartet uns hier jetzt noch? Wir müssen die auf jeden Fall Machen Aber wie gesagt Die Rätsel löse ich ohne Komplettlösung Weil das sich der Zocker so gewünscht hat So, dann muss ich gerade mal Gucken Muss ich ein bisschen Überlegen Ich denke mal der Den einzigen Ja, wir müssen Den 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 Und den aktivieren Der andere ist unwichtig Den brauchen wir nicht So, perfekt Hat doch gut geklappt Das machen wir hier Dann jetzt am besten Ha, der Ziehenergie-Egel Leider dürfen sie trotzdem Angreifen Aber das stört uns wenig Er stirbt nämlich Und er auch Sehr gut Äh, Quatsch Ich wollte hier nach oben rein Äh, nach unten Geil Läuft Hier geht's nicht lang Okay Scheiß drauf Dann hier lang Äh, ne Es geht erst nach hier oben Gucken, wo wir dahin kommen Geil Noch nirgendwo Dann eins Wieder nach unten Und hoch Genau So Tod Dämlicher Pilz, Alter Der Fucking Bär Überlebt Natürlich Warum denn auch nicht Warum stirbt er nicht einfach Der hatte bestimmt nur noch Ein KP oder so Einen Scheiß So, mal gucken Wo kommen wir hier lang Wir können nach unten Oder nach oben Gehen wir erstmal nach unten Ah, jetzt sind wir hier Jetzt ist die Frage Ah, ich glaube Ne, ich hab's noch nicht Verbockt Können wir mit irgendwas Feuer entfachen? Kraftfälle Nee Jetzt ist die Frage Was muss ich machen? Oh Gott Ich muss die Brennende Fackel Da durchschieben Kacke, Alter Das wird witzig werden Geschafft Huh, schieben wir Die Fackel Mal so lang Oh Mann Ah 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 Oh Gott, ich kotze gleich. Oh, jetzt müssen wir warten, Alter. Oh, wird das eklig. Ich fange gleich an zu weinen. Das kann jetzt noch ewig dauern, aber wir müssen das schaffen. Keine Chance. Das Nervige ist, dass der sich immer wieder verschiebt. Ey, komm. Keine Chance. Wie soll das denn gehen, Alter? Dann mache ich es halt noch mal so wie vorher. Vielleicht klappt es ja so. Schieb doch. Oh, Isaac, du Idi, Alter. Oh Gott, Alter. Ich fange gleich an zu kotzen. So, wenn das jetzt nicht klappt, dann spule ich euch das vor. Sorry. Gott, gehst du mir auf den Sack, Alter, du dummer Stein. So. So. Äh. Oh Gott, Alter, das ist nicht dein Ernst So, ich spule euch das vor, bis gleich Okay, ich spule euch das nicht vor Jetzt hat es endlich geklappt, Alter Oh, war das ein Akt Sehr widerlich Endlich sind wir durch, nach 6 Minuten verschwenden, Alter Krass So, wo sind wir hier? Ernsthaft? Ach, leck mich doch So, jetzt dürfen wir nochmal hier lang Kein Bock jetzt so ewig lange zu kämpfen Gegen solche Äh, Idioten Töten wir die einfach Das war's dann auch schon Oder auch nicht, der Kackbär überlebt natürlich die Scheiße, Alter Dankeschön So, weiter geht's Das haben wir eben gerade gelöst Oh, ich will dieses Rätsel nie wieder sehen So, dann war das hier hoch doch schon richtig Brauchen nicht die beiden Leitern lang, glaube ich Sondern jetzt können wir direkt hoch Oder auch nicht Also doch die beiden Leitern lang Hoffentlich sterben die So, stirb Schade So, jetzt sterben sie aber Tod Easy Easy So, hoch Da ist der Schalter Den wollen wir Geil Nee, hier wollen wir gerade nicht lang Ach, jetzt ist das Wasser hier drin Okay Das hätten wir also vorher aktivieren müssen Ich bin einfach ein Idiot Dieser Part wird wesentlich länger gehen Als in der Lösung angegeben Weil ich ein absoluter Vollidiot bin Und dieses Rätsel halt echt kacke ist Jetzt müssen wir aber wieder zum Rätsel zurück Aber zum Glück haben wir es schon gemacht Können jetzt hier durch Und können hoch Geschafft, Alter Stirb, Bär Stirb Sehr gut, weiter geht's Wir sind endlich da, Alter Wir haben Knospe So, damit wir hier schnell wieder rauskommen Äh, ups Wir haben's geschafft, Leute Es geht jetzt Erstmal wieder Schlafen Und dann geht's zurück ins Anfangsdorf Wir gehen nach Vale So, auf geht's Schlafen wir So, auf geht's Wir gehen nach Vale Wir haben hier jetzt alles erledigt Wir haben mit jedem geredet Hier nochmal ein kleiner Nachtrag Den ich zwischenschnibbeln muss Als ich den Part beendet hatte Hatte ich in Vale komplett was vergessen Es gibt hier nämlich noch ein Kraftbrot Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten Das hab ich komplett übersehen Wir müssen dafür hier lang Und die Dinger mit Ivans Wirbelwind entfernen Das tun wir jetzt auch Wir entfernen natürlich beide So, und dann nochmal Mal gucken Da ist natürlich nichts drin So, wir gehen aber hier rein So, und hier gibt's nämlich noch was Ein Kraftbrot, wie ich's gesagt habe So, das geben wir Isaac Das hab ich nämlich komplett vergessen So, und dann würde ich aber sagen Ich setz euch wieder an Anfang von Vale Ähm, und viel Spaß mit dem weiteren Part Wir sind wieder zurück in Vale Danke, so Nee, das ist nicht das, wo ich rein will Wir suchen jetzt grad die Scheune Jetzt muss ich aber gerade erst mal gucken, wo die ist Weil es gibt hier noch zwei Schätze zu finden Die gönnen wir uns natürlich Wenn ich die Scheune dann mal finden würde Weil hier scheint sie nicht zu sein Hey, wenn das nicht Train ist Du bist also wieder nach Hause gekommen Ja, aber ich bin nicht fertig Oh Train, so früh hab ich dich gar nicht zurück erwartet Haha, ich bin einfach zurückgegangen, ihr Lappen So, dann müssen wir doch hoch Da ist die Scheune Die war nämlich vorher abgeschlossen Hier finden wir jetzt oben in diesem Fass hier was Nämlich ein Fläschchen Das behalten wir mal Den Synergiestein brauchen wir nicht Oh, es gibt noch was in der Scheune Ich glaube in dieser Kiste hier Nee, hier 123 Münzen Das war's Sehr nice Das waren alle Schätze, die wir in Vale finden Weiter geht's So, wir sollen von allen Charakteren einmal doch mit allen reden Das ist interessant, was wir von denen erfahren Hey, wo ist der Synergiestein, wo ist der Synergiestein hin? Er ist weg Nur ein großes Loch in meinem Dach ist zurückgeblieben Aber die Erinnerung an den Ausbruch bleibt bestehen Selbst wenn das Loch geflickt ist Die Nordwestseite des Aleph-Bergs wurde von einem Lavastrom verbrannt Tja, ist halt so, wenn etwas ausbricht, ne? So, weiter Wir reden mit allen Bewohnern Mal gucken, ob die uns irgendwelche nützlichen Infos geben Die großen Heiler fürchten sich zu sehr davor Ins Heiligtum von Sol zu gehen Dabei haben sie nichts zu befürchten Ihre Synergie sollte sie beschützen Darum geht's nicht Die haben Angst, dass nochmal so ein Vulkanausbruch passiert Denke ich jetzt mal Die Eruption hat auf der Nordwestseite des Aleph-Bergs eine Spalte geöffnet Willkommen zurück, Train Es ist schön, dass du wieder zu Hause bist Ich sehe, du hast auf deiner Reise viele Freunde gewonnen Ich wünschte, ich wäre wie du, Train Nein, wünschst du nicht Du wünschst dir nicht mein Schicksal Oh, Train Wie ist es dir ergangen? Ja, nicht gut Oh, es wird Jahre dauern, bevor ich erwachsen bin Aber Train ist wieder zurückgekommen Oh, du bist nur auf Besuch Das überrascht mich Willkommen zu Hause, Train Oh, was ist geschehen? Warum ist ein anderes Mädchen als Jenna bei dir? Ja, vielleicht weil Mia Viel cooler ist als Jenna Ach, keine Ahnung Nein, weil Jenna noch entführt ist Der Ausbruch hat auf der anderen Für viel Unruhe gesorgt Ja, ja, wissen wir Es scheint als hättest du auf deiner Reise neue Freunde gefunden, Train Das freut mich sehr Nach dem Ausbruch des Aleph-Bergs wurde der Fluss extrem heiß Was hat sie noch gesagt? Alle waren so aufgeregt Und glaubten, es gäbe heiße Quellen im Berg Doch dann kühlte sich der Fluss wieder ab Hast du auf deiner Reise etwas Interessantes gesehen, Train? Ja Oh, wirklich? Das war sicher aufregend Darf ich dich auf deiner nächsten Reise begleiten? Ja Haha, wirklich? Ich hab doch nur Spaß gemacht Du musst nicht so hilflich sein Gehen wir mal ans Inn Du bist um den östlichen Rand des Kontinents gereist Du musst ja völlig erschöpft sein Naja, es geht, ne? Bist du nicht glücklich, dass sich das Dorf nicht verändert hat? Veränderung muss nicht immer schlecht sein Ja, acht Münzen kosten uns mal gar nichts Wir legen uns mal hin Der Part wird länger gehen als gedacht Wir haben hier noch einiges zu tun Danke, danke Ich wünsche mir auch eine angenehme Reise Wenn das nicht Train ist Du bist ja groß geworden Beinahe hätte ich dich nicht wiedererkannt Geil Nice Sonst noch jemand hier? Nö So, raus aus dem Inn Wir haben mit allen Leuten hier geredet Hoch So, wir laufen jetzt den... Ah, es gibt hier doch noch jemanden, mit dem wir reden können Ich kann mich daran erinnern, wie Felix und ich hier gespielt haben Tja Scheiße, ne? Der Berg spuckt noch immer Psynergy-Steine aus Leute, die jenseits des Tores waren, haben erzählt, dass sie welche neben der Straße haben, liegen sehen Oh, dann habt ihr Jenna noch immer nicht gerettet? Ne, wie denn? Eine Grippe geht um, ich sollte vorsichtig sein Ich überstehe Erkältung normalerweise sehr schnell Aber Dora schleppt ihre Krankheit schon sehr lange mit sich rum Dora, das ist Isaacs Mutter Sollten wir bei ihr vorbeischauen Das werden wir tun Oh, das ist doch... Train Ist Jenna auch wieder zurück? Versprich mir, Train Versprich mir, dass du Jenna beim nächsten Mal zurückbringen wirst Klar Klar Machen wir doch easy So, gehen wir aber erstmal hoch Das wird aber noch lange dauern, bis Jenna mit uns zurück ins Dorf kommt Der Ausbruch des Aleph-Bergs war so stark, dass der Kontinent in zwei brach Der ganze Kontinent, das ist krass Wer ist da? Ist das der Wirt? Ist das schon Essenszeit? Nein Dann wer... Train? Du bist wieder zu Hause Hast du deine Mission erfüllt? Das hast du doch, oder? Hast du dein Versprechen vergessen, Train? Du hast versprochen, erst zurückzukommen, wenn dein Auftrag erfüllt ist, oder? Ja Du hast dein Versprechen gebrochen, weil du dich um mich gesorgt hast Wer hat dir gesagt, dass ich krank bin? Der Bürgermeister, oder? War es der Wirt? Nein Bist du etwa überrascht, mich hier im Bett zu sehen? Du kannst nicht einfach dein Versprechen brechen, nur weil du dir um mich Sorgen machst Ich habe mich nur erkältet, das ist alles Aber es geht mir besser Sieh doch Siehst du? Es geht mir gut Mach dir wegen mir keine Sorgen Geh nur, gib dein Bestes Um deinen Auftrag auszuführen, okay? Ja, dann gehen wir Oder? Nee Hier wäre es mir Hier wäre es mir doch ganz wichtig, dass wir das mal machen Moment Äh Es tut mir leid, dass ich so barsch bin, Train Ich bin so froh, dich zu sehen Ich werde warten, bis du für immer nach Hause kommst Okay Traurig So Damit haben wir Dora abgehakt Jetzt geht ins nächste Haus Was ist diese Alchemie, die gerade ständig erforscht hat? Ich glaube, es muss etwas sein, von dem man besser die Finger lassen sollte Manchmal bebt noch die Erde, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut Hey, wie ist es dir ergangen? Oh, White und Train Was ist geschehen? Ihr seid schon wieder zurück? Schon wieder? Was für eine Begrüßung soll das denn sein? Ah, aber ich habe gehört, dass du dich vielleicht nie, dass du vielleicht nie wieder kommst Und erscheint, als wärst du nicht für immer hier So, als ob du nur zu Besuch hier wärst Wirklich? Macht es diesen Eindruck? Ja, du und deine Freunde, ihr macht den Eindruck, als wolltet ihr gleich aufbrechen Du bist klüger, als du aussiehst Ich muss in Form kommen, solange du weg bist, oder ansonsten Solange du hier bist, geht es der Familie gut Habe ich recht, oder was? Ja Pass gut auf unsere Familie auf, solange ich weg bin, alles klar Was immer du tust Du musst die Familie beschützen, während ich weg bin Alles klar, ich zähle auf dich Mach es dir nicht zu schwer, okay? Okay, gehen wir trotzdem ins Haus rein Scheiß auf ihn Hey Was? Sollten wir nicht nach White suchen? Warum? Train weiß doch nichts von Dora, oder? Man sollte es ihm sagen Du vermisst White, nicht wahr? Du suchst nach einer Ausrede, um nach ihm zu suchen Was? Nein, ich Großmutter, was ist los? Hast du dich verschluckt? Äh Es ist White Auch sie muss White vermissen Nein, es ist wirklich White Sieh doch, sieh doch Oh, White White Mama, Papa Ich bin zu Hause Was? White? Oh, White Großvater Ich bin zu Hause Ja, ja Hast du deine Mission für den alten Waisen erfüllt? Nein Noch nicht? Nun, zumindest bin ich froh, dass du zu Hause bist Auch wenn es nur für kurze Zeit ist Du wirst bald wieder gehen, nicht wahr? Ich bin glücklich zu sehen, dass es dir gut geht Das ist richtig Lasst mich euch meine neuen Freunde vorstellen Ähm, ich bin Miku Erfreut, sie kennenzulernen Ich bin Nelly Aus E-Mail Schön, sie zu sehen Freut mich Freut mich Freut mich Bitte passt gut auf den kleinen White auf Nun, genug geplaudert Ruht euch aus und genießt euren Aufenthalt Reden wir nochmal mit allen Habt ihr gehört, wie wir eben von Dora gesprochen haben? Ja Dora hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen Es ist nur ein Fieber Sorg dich nicht zu sehr, Train Ich hoffe, du bist während deiner Reise nicht krank geworden White isst immer zu viel Und darüber sorgt sich seine Mutter Ja, White wird zum richtigen Fettsack, Alter Dieser Miku scheint ein schlauer Bursche zu sein Ich wünschte, du wärst etwas mehr wie Miku, White Oh Gott, das ist natürlich schlimm Nelly ist ein nettes Mädchen Wenn White wohl bevorzugt Nelly oder Jenna Kann ich dir nicht sagen, Kollege Frag ihn doch selbst, Lel So, da oben ist noch jemand Oh Mann, dieser Part wird echt wieder mal ultralang Sorry für die Überlänge Ah Es ist eine Weile her Du bist zurück Warst du schon zu Hause, um Vater zu besuchen? Ja Wirklich? Er war sicher glücklich, dich zu sehen Er hat sich solche Sorgen um dich gemacht So wie ich auch Schwester Versteh mich nicht falsch Ich war nur in Sorge, weil du ja nicht der Hellste bist Ja, schon gut Danke, Schwester Nun denn Bleibst du jetzt für immer zu Hause? Nun denn Bleibst du jetzt für immer zu Hause, oder? Noch nicht Du wirst wieder gehen? Mach es dir nicht zu schwer, wenn du wieder gehst Die Leute sagen Gefahr ist Die Leute sagen, die Gefahr ist vorbei Obwohl es noch Erdbeben gibt Ah, ich habe schon wieder eins gespürt Das geht jetzt schon eine ganze Weile so Ich kann nachts nicht mehr schlafen Dann zieh doch weg, Alter So, hier wollen wir aber hin Wir haben jetzt endlich mal alles hier abgehakt Und mit allen Bewohnern geredet, hoffentlich Außer mit ihm hier, mit den beiden Ich möchte nur zu gern wissen, was hinter diesem Zaun verborgen liegt Ja, das werden wir gleich rausfinden, zusammen Ihr habt sicher viele Erinnerungen an diese Hütte, nicht wahr? Ja Das dachte ich mir Du hast gerade oft besucht, Train So, auf geht's Wir haben hier eine Psy-Energie gekriegt Womit wir das hier hochheben können Nämlich Telekinese So, dann gehen wir hier mal lang Hier gibt's ein bisschen was zu tun Das machen wir gleich Wir gehen erstmal in die Höhle rein Höhle von Whale So, dann gucken wir uns mal um Gut, hier geht's schon mal nicht weiter Ah, ihr wisst, was hier ist Wenn wir nämlich Enhüllung einsetzen Ist da so ein Ding in der Mitte? So, ähm Gucken wir uns aber erstmal Okay, da ist ein Jupiter-Gin Den wollen wir natürlich haben Die sind ganz schön stark hier Auch in der Höhle von Whale Was für ein Mammut-Part In der Komplettlösung steht Der geht eigentlich 15 Minuten Lel Aber gut, ich rede ja auch Mit allen Leuten So Extra für euch Um zu gucken, was die so zu sagen haben Nochmal Scheiße, ich hab Verschieber Ist da nicht mehr drin Ist natürlich dumm So, die Kiste ist im Wasser So, dann gehen wir erstmal hier lang Mal gucken, wo wir dann hier hinkommen Okay Gehen wir erstmal nach oben Mal gucken, was uns hier erwartet Nur Ein Geister-Magier Der aber hoffentlich stirbt Relativ schnell Nee, vorher darfst du natürlich noch Geisterfluch einsetzen Aber das wirkt nicht Hahaha Du Wichser, Alter So Weiter geht's Und runter Ich hoffe, wir sind den richtigen Weg gegangen Anscheinend Schieben wir das Ding einmal runter Und das Ding einmal runter Ah, ich verstehe Jetzt können wir nämlich runterrutschen Und das Ding da drüber schieben Sehr nice Und können so rüber Natürlich greift er an Easy So Weiter geht's Ein Und da haben wir den Gin Wir müssen aber trotzdem Nochmal, hier gibt's drei Truhen Das Parajuwel Okay Der Gin hat sich verpisst, Alter Müssen aber eh da runter Ja, jetzt wird's nice Ach, wir hätten nicht Wem muss ich denn das Parajuwel anlegen Das muss ich jetzt kurz mal gucken Also, wen ich das anlegen sollte Puh Garret Okay Dann kriegt Garret das Parajuwel So, wir brauchen das jetzt nämlich Erstarrung Milan folgt White Nein, Milan soll aber nicht White folgen Sondern ihm hier So, aber wir haben hier noch nicht alles erledigt Wie gesagt, es gibt noch eine Truhe Und die wollen wir auch auf jeden Fall haben Wir holen uns die Truhe auch So, dann sink mal wieder ein Und da ist sie auch schon Und es gibt eine Nuss So, braucht vier Drei Drei Okay Wir haben relativ viele Nüsse Mit denen wir uns eigentlich heilen könnten Und jetzt geht Oh, dieser Part wird richtig lang Jetzt geht's in die Billybeen-Höhle Da kriegen wir nämlich auch noch was Muss ich gerade mal gucken Haben wir hier jetzt alles So Und es geht wieder auf die Weltkarte Wir gehen jetzt zur Billybeen-Höhle Wie gesagt, dieser Part hier am Ende Wenn ihr den guckt Ist komplett optional Ihr könnt den überspringen, wenn ihr wollt Solltet ihr aber nicht Wegen den Gins alleine schon Aber es gibt in Golden Sun 2 Einige Gins als Ersatz Ich weiß jetzt nicht wie viele in der Zahl Das ist aber ich glaube für jedes Element Ein Gin Könnt ihr euch da holen Falls ihr einen Golden Sun 1 vergessen habt Optional könnt ihr den machen Später holen könnt ihr die glaube ich Auch noch Aber da bin ich jetzt unsicher Deswegen machen wir es jetzt Aber da wir hier jetzt alles in Vale erledigt haben Geht's wieder auf die Weltkarte Aber erstmal verkaufen wir gleich noch den ganzen Schrott Das hier wird ein Mammut-Part Wie gesagt, das sind optionale Aufgaben Wenn ihr das nicht machen wollt Dann könnt ihr diesen Part halt getrost überspringen Einfach So, wir wollen hier lang Weg, komm Du alter Sack So, hier lang Hier lang Hier lang Und dann einmal in den Shop Verkaufen Elixier Okay Sonst noch etwas zu verkaufen Nö, eigentlich nicht So, okay Weiter geht's Auf wieder auf die Weltkarte Wir ziehen von Dannen Kann ich mich noch healen? Ja, kann ich Weil das können wir auch easy wieder heilen Wir gehen einfach an diesen Stein hier So, wir sind topfit Los geht's Auf zur Bilibin-Höhle So, jetzt müssen wir erstmal den Weg zur Bilibin-Höhle suchen Wir brauchen hier auch jetzt keine Kämpfe machen Wir können Fliehen, weil die Gegner bringen uns hier so gut wie gar keine EP So, jetzt müssen wir erstmal die Goma-Höhle wiederfinden Ich weiß nämlich leider nicht, wo die ist So, jetzt muss ich gerade wirklich gucken Wo ist die Goma-Höhle? Oh, jetzt würde ich gerne wirklich was haben Um Dass keine Gegner mehr erscheinen Ist das Bilibin hier? Ne, das ist Lumpa Das ist Höhle vom West-Lumpa Hier müssen wir eh erst später hin Moment mal, ich hab doch Ne Weltkarte Bilibin Hier müssen wir hin Okay Auf geht's Eingang zur Goma-Höhle Da müssen wir jetzt einmal komplett durch Ich bin so dumm Warum nutze ich die Karte nicht, Alter Das Schöne ist halt, wir brauchen halt keine Kämpfe machen So, weiter geht's Da wir hier schon alles erledigt haben Brauchen wir hier halt nicht viel machen Können halt einfach durch die Goma-Höhle rennen So, und runter Und dann sind wir auch schon wieder raus Am Bilibin vorbei In die Höhle Muss ich gerade mal gucken Barrikade Altin Kolima Weil die Bilibin-Höhle hatte ich noch gar nicht Da war ich, glaube ich, noch gar nicht drin Ach, müssen wir jetzt nach hier, oder was? Ne, da geht's nach E-Mail Ach, die Höhlen sieht man gar nicht Zur Höhle, die mich in den kalten Norden bringt Ich weiß, wo wir hin müssen Hier nämlich hin Bilibin-Höhle, Eingang Geil, wir sind da So, nice Ups Wir müssen hier rein So, Jin Isaac kann im Moment kein Ich könnte nur tauschen Aber Garrett kann ja auch Wachstum Also ist uns das egal So, dann Wieder den Gym zurücktauschen Danke So Hoch Und hier rein Also ich denke mal Dass wir hier rein müssen Richtig Hier war ja noch was Mit der Enhüllung Können wir hier nämlich weiter Äh Ja, wie mach ich das jetzt? Äh Ich muss bestimmt Irgendeine bekackte Ziehenergie einsetzen Ich guck mal Was wir so im Angebot haben Ah Regenschauer Natürlich Oh Gott Jetzt sind wir hier Okay Oh nein Erstmal das Feuer entfernen Denk ich mal Und dann müssen wir zurücklaufen Oh ne Geil Wird von alleine zu heiß Nice So Hier gibt es nämlich noch ein Lebenswasser Und Noch eine Fläschchen Ich glaube das war ein Fläschchen Oder Ne Ein Züenergiekristall So Gebe ich da Dem Züenergiekristall Mal hier hin Und das Lebenswasser Mal Hier hin So Jetzt Treten wir den langen Weg Zurück nach Karlai an Uff Das hau ich euch Trotzdem noch in den Part rein Ich möchte dass ihr so viel Ungeschnitten seht Wie ihr wollt Das wird ein ewig langer Part Eine Stunde Zum Glück ist das nur Optionales Zeug So Dann gehen wir Weg Die Höhle von Karlai Werden wir verlassen So Hoffentlich stört euch das nicht Dass dieser optionale Part Jetzt so lange geworden ist Ich hab halt mit allen Leuten geredet Wo es nur geht Und wir so viele Infos bekommen Wie möglich So Auf geht's Auf geht's Zu den Docks von Karlai zurück Es wird ein weiter Weg Aber wir schaffen das Was passiert eigentlich Was passiert eigentlich Wenn ich die Psy-Energie-Rückzug Einsetzen würde Funktioniert hier nicht Okay Können wir gar nicht Da müssen wir wieder Die Goma-Höhle durchschreiten Los geht's Und dann dürften wir Den langen Rückweg auch Fast geschafft haben Wieder So Einmal hier rüber Hier brauchen wir Wie gesagt Nicht kämpfen Das lohnt sich Nämlich gar nicht Die EP sind einfach Zu wenig So Und wieder raus Rüber Und runter Und rüber gehen Und dann haben wir es Geschafft endlich Sind wir wieder weg Von diesem Scheiß So Auf geht's Da ist auch schon Vault Da wollen wir aber Jetzt nicht hin Wir wollen komplett Zurück zu den Docks Von Karlai Wir sind auch fast da So Jetzt müssten wir gleich Karlai sehen Da ist Karlai Hier können wir wieder kämpfen Weil die Gegner Wieder stärker sind So Schön Und dann zu den Docks Zurück So Wir sind wieder hier Hier werde ich den Part Aber auch jetzt Beenden Ich bedanke mich hier bei euch Fürs Zuschauen Wie gesagt Alles optional Müsst ihr nicht machen Ihr hättet auch Am Anfang an des Parts Aufs Schiff gehen können Aber ich will euch ja alles zeigen Ähm Wie nochmal Ich bedanke mich bei euch Fürs Zuschauen Und ich hoffe Wir sehen uns dann Im nächsten richtigen Part Wenn es mit Story Und so weiter weiter geht Wieder Tschüss Vielen Dank Dass ihr bei diesem Part Von Golden Sun Zugeschaut habt Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch einen Daumen nach oben da Und schreibt mir in die Kommentare Was ich noch besser machen könnte Und welche Projekte Ich sonst noch machen soll Wollt ihr noch mehr Von Golden Sun sehen Dann drückt doch auf die Playlist Und hier sind noch Zwei andere Projekte Die euch auch noch gefallen könnten Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen Dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button Damit ihr nichts mehr verpasst Nochmals Vielen Dank fürs Zuschauen Und ich hoffe Wir sehen uns im nächsten Part wieder Tschüss